Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, warum hatte Janik Peters die Anzeige gegen Sie damals zurückgezogen? Weil ich ihn drum gebeten hab? Mit gebeten? Meinen Sie, Sie haben ihn bedroht, ja? Nein, verdammt nochmal, ich bin zu ihm hingegangen und habe ihn gebeten, die Anzeige zurückzuziehen. Wissen Sie, wie der kleine Scheißer reagiert hat? Nein, sagen Sie es uns. Er hat mich ausgelacht. Hat gesagt, er wird sich die ganze Sache nochmal überlegen. Wenn ich das nächste Mal wegsehen und ihn auf Knien um Verzeihung bitten würde. Und dann haben Sie was getan? Was blieb mir denn anderes übrig? Ich hab zwei Kinder, ich brauch den Job. Ich schwör's, ich hab den nicht umgebracht. Janik stand erst am Anfang. Aber in drei, vier Jahren wäre er reich gewesen. Was heißt ein reich? Das Bild ist von Janik. 5.000 Euro? Janik war nicht nur unfassbar begabt, er war auch ein ganz normaler Junge. Mit meinem SLK rumkrusen. Das hat er geliebt. Als ob ich in meinem Wagen geliehen. Und bevor Sie weiterfragen, ich hab ihm noch 5.000 Euro gegeben als Vorschuss. Ich kümmere mich um meine Künstler. Ist ja sehr lüblich von Ihnen. Also ich verstehe ja nicht so viel von der Kunstvisier, aber eine Sache weiß ich. Die Bilder von toten Künstlern sind mehr wert als die von Lebenden, weil die ja nicht mehr produzieren können. Was wollen Sie damit andeuten? Ach nichts. Aber ich frag mich natürlich schon, wie lange es dauert, bis dieses Bild anstatt 5.000 10.000 Euro wird. Oder noch mehr. Ganz genau. Und das wäre in unserer Welt ein Motiv. Herr Rüst, wo waren Sie denn heute Morgen so zwischen 8 und 10? Larissa? Ja? Würdest du den Herren bitte sagen, wo ich heute Morgen zwischen 8 und 10 gewesen bin? In der Galerie. Entschuldigung, sind Sie zufällig vor Rietz? Ja. Ähm, Larissa Berger. Ich bin die Assistentin von Herrn Rust. Hat mir gesagt, ich könnte auch bei Ihnen eine Aussage machen. Ja, natürlich. Was möchten Sie denn mitteilen? Ähm, es geht um meinen Chef. Ähm, ich... Ich glaube, dass er Janik getötet hat. Was? Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Klaus war in Janik verliebt. Ach, ihr Chef ist schwul. Ja, er hängt's nicht an die große Glocke, aber ja. Janik hat mit Klaus geflirtet, damit er seine Bilder kauft. Und vielleicht hatten die beiden Streit. Ich dachte einfach, sie sollten das wissen. Ja, natürlich. Na und? Dann bin ich eben schwul. Wollen Sie, es ist uns doch völlig egal, wie Sie sexuell ausgerichtet sind. Aber was uns nicht egal ist, dass Sie ein Motiv haben, was Sie uns allerdings noch verschweigen. Ich hab kein Motiv. Ja, ich war in Janik verliebt. Und ja, ich hab gewusst, dass er mir nur was vormacht. Aber soll ich ihm was sagen? Es hat mir nichts ausgemacht. Das fällt uns allerdings sehr schwer, Ihnen zu glauben. Das verstehen Sie nicht. Ich war zufrieden, wenn ich mit ihm zusammen war. Ich war glücklich. Und warum haben Sie sich nicht geoutet? Meine Eltern sind über 70. Stockkonservativ. Und steinreich. Wenn die das erfahren, enterben die mich. Entschuldigt, aber eine Streife hat seinen Wagen gefunden. Robert und Gerrit sind schon auf dem Weg. Sehr gut, Marc. Danke. Ist doch komisch, Gerrit, oder? Der Wachmann findet die Leiche und hat ein Motiv. Der Galerist liegt uns an und hat auch ein Motiv. Was glaubst du? Ich glaub, dass weder dem Galeristen noch dem Wachmann der Slip gehört. Das glaub ich auch. Aber ich glaub, ich weiß, wen der Slip gehört. Wem? Dem Mädel aus der WG. Zumindest hab ich der Autospass im Oberteil, also den BH, gesehen. Hatten die beiden vielleicht was miteinander? Mit dem Galeristen wird's ja wohl nichts gehabt haben. Der ist schwul. Also, wenn das wirklich alles so gewesen ist und Tom Lorenz von der ganzen Sache wusste, dann könnte seine Freundin jetzt in Gefahr sein. Der Wagen wird beschlackert. Ja. Wo hast du denn die Kassen her? Die Kassen haben die noch mitgenommen. Das muss der Zweigstüssel sein. Und den kannst du ja nur von Yannick haben. Sei ruhig, Anna, Mann. Sei ruhig. Hast du, Yannick, etwa getötet? Du hättest ihn ja nicht ranlassen müssen. So, das reicht. Ich geh jetzt zur Polizei. Du gehst nirgends wohin, Mann. Du gehst nirgends wohin. Was ist denn, Frau? Los, ran dir. Los. Ich hab den Schlüssel in seiner Hose gefunden. Das ist nur deine Schuld. Das ist alles deine Schuld. Das ist das, Jan. Ich hab Yannick und Lara beobachtet, wie sie es in dem SLK getrieben haben. Und dann am nächsten Tag, also gestern, bin ich nur gefolgt, als er zum Sprayen gefahren ist. Weil ich wusste ja, wo er immer ist zum Sprayen. Hey, was machst denn du hier? Hey, was soll denn das werden? Das läuft da mit Lara. Mit Lara? Die Kleine hat sich an mich ran gemacht, okay? Die wollte es unbedingt in der ersten Kalt treiben. Und dann gefahren hab ich ihr getan, der Schlampe. Wie hast du sie gerade genannt? Wie hast du sie gerade genannt, Mann? Dann hab ich zugeschlagen. Oft. Ich wollte ihn nicht töten, aber... Ich war einfach so... Ja, was haben sie denn dann gemacht? Ich hab dann seine Sachen mitgenommen. Ich hab halt gehofft, dass es, ich weiß nicht, vielleicht nach einem Raubüberfall oder irgend sowas aussieht. Und seinen Wagen haben sie nach der Tat Outregg mitgenommen. Warum? Wollten sie eine kleine Spritztour machen, oder was? Ja, ich weiß, das war wirklich dämlich, aber... Ich war rasend vor Eifersucht. Verstehen Sie? Ja, ich weiß nicht. Ich war das. Ich war das.